Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir rein mit der nächsten Episode der FIFA 21 Karriere mit 1860 München. Vorweg noch eine ganz kurze Sache, falls die Tonqualität irgendwie anders sein sollte wie in den letzten Videos, liegt das einfach daran, dass mir kurz vorm letzten Stream das Mikro kaputt gegangen ist. Das heißt, ich muss jetzt mit meinem alten Mikro aufnehmen, bin aktuell noch am schauen, ob ich mein Mikro, was ich eigentlich immer verwende, nochmal reparieren kann oder ich mir eventuell noch ein neues holen muss, was aber relativ schwer ist, weil ich ja gerade erst den Umzug finanziert habe. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir jetzt mit dem weitermachen oder ich das andere irgendwie noch zum Laufen kriege. Aber ich würde sagen, es sollte auch so gehen, die Tonqualität sollte nicht so schlecht sein. Deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach hier an, direkt mit der Folge. Und als allererstes geht sie für uns gegen Duisburg in der dritten Liga. Die stehen nicht so richtig gut da, wenn man das mal so sagen darf. Wenn wir da in die Tabelle gucken, sehen wir Duisburg hier auf Platz 18, gerade mal 23 Punkte nach 24 Spieltagen. Ja, das ist eine Ausbeute von ein bisschen weniger als einem Punkt pro Spiel. Das ist jetzt nicht so richtig gut. Von der Mannschaft würde ich sagen, wir bleiben bei dem, was wir aktuell haben. Leider sind wieder relativ viele Spieler gar nicht so richtig fit für das Spiel, was ein bisschen blöd ist. Aber ich denke, wir dürften gegen Duisburg dennoch gewinnen. Ich werde das Spiel aber dennoch langsam simulieren. Und mir wurde auch an mich herangetragen, dass er gerne mehr Spiele sehen wollte, die ich selber spiele und weniger Simulationen. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Werde ich auch versuchen zu machen. Aber wie ich schon gesagt habe, auch in den Kommentaren, ein paar Spiele muss ich einfach simulieren, um ein bisschen in der Karriere voranzukommen. Ich meine, wir wollen mit dieser Karriere 18, 18 in die Bundesliga bringen. Da müssen wir einfach auch ein paar Spiele pro Episode drin haben. Deswegen, das Spiel hier wird simuliert. Und dann schauen wir mal, wie wir uns hier gegen die Duisburger schlagen. Ja, die Fitness wird natürlich ein Problem sein. Ich denke, wir werden relativ früh wechseln müssen, um fit zu bleiben. Ich hoffe mal, dass wir trotzdem ein gutes Ergebnis hier holen können. Jetzt hier die Chance. Und Sascha Mölders netzt hier ein zum 1-0 für die Münchner Löwen. Also wir starten hier gleich richtig, richtig gut rein mit dem ersten Treffer. Schon in der 8. Minute. Also da kann man sich hier bisher im Spiel auf jeden Fall nicht drüber beschweren, was die Leistung unserer Mannschaft angeht. Jetzt hier eine Chance für uns. Und das 2-0 durch Figuera. Ja, also wir lassen mit Duisburgern hier bisher wirklich wenig Chancen. Wir waren zwar schlecht in Form in den letzten Spielen, aber in dem Spiel sieht es so aus, als könnten wir uns vielleicht aus dem Loch so ein bisschen wieder herausarbeiten. Jetzt hier vielleicht die nächste gute Chance für uns. Und das 3-0 durch Talik. Talik, also bisher haben wir hier wirklich alles im Griff. Und damit ist ja auch schon die erste Halbzeit vorbei. Von der Ballbesitzung her muss man sagen, ist das Spiel sogar relativ ausgeglichen. Aber klar, von den Schüssen und den Chancen und vor allen Dingen auch den Toren, ist ja eine sehr, sehr eindeutige Sache für uns. Aber wir haben natürlich die Fitness, die wir im Auge behalten müssen. Da sind ein paar Spieler schon sehr, sehr kaputt und die müssen wir vermutlich auch bald schon auswechseln. Die Duisburger jetzt hier mit der Chance in der 75. Minute. Ja, die zweite Halbzeit ist deutlich, deutlich ausgeglichen. Man merkt natürlich auch, dass bei uns die Fitness fehlt. Ich habe jetzt schon die drei Wechsel vorgenommen. Ja, aber man merkt es, also wir haben jetzt wirklich ein Problem mit der Fitness. Und damit ist hier die zweite Halbzeit auch vorbei. Das Spiel ist aus. Wir gewinnen mit 3 zu 1 gegen den MSV Duisburg. Ja, wir konnten also unsere 3-1-Führung dann am Ende doch über die Zeit bringen. Auch wenn unsere Mannschaft wirklich unfassbar kaputt war. Aber ich denke, alles in allem, trotzdem wieder ein guter Sieg für uns. Vielleicht bringt er uns ja so ein bisschen aus der kleinen Krise, die wir in den letzten Folgen durchaus hatten. Für uns steht jetzt hier das nächste Spiel in der dritten Liga an. Es geht gegen Meppen. Und Meppen ist gar nicht so schlecht. Naja, 13. ist jetzt auch nicht überragend. Aber es geht auf jeden Fall schlechter. Und es ist klar, wir müssen gewinnen. Weil es sind nicht mehr so viele Spieltage. Klar, ein bisschen was ist nur noch. Aber, ja, wir sind aktuell zwei Punkte hinter einem Aufstiegsplatz. Und das wäre auch nur der Relegationsplatz. Das heißt, wir müssen hier dringend gewinnen. Gegen Meppen. Wir starten natürlich rein mit unserer Bestbesetzung. Mölder ist mittlerweile nur noch auf einer 63. Also der geht runter und runter. Das ist ein bisschen schade. Ja, man muss ganz klar sagen, ich denke, die letzte Saison, wo er Stammspielt, wenn wir aufsteigen sollten, oder auch in der dritten Liga, ist er einfach dann nur noch Backup und keine Stammspieloption mehr. Weil er einfach zu stark runter geht von seinen Werten. Noch bleibt er aber natürlich in der Aufstellung. Und wir schauen mal, was wir hier heute gegen Meppen so reißen können. Und damit jetzt hier herzlich willkommen zum Spiel zwischen dem SV Meppen und 1860 München. Ich denke, wir können uns hier auf jeden Fall auf eine sehr, sehr spannende Partie einstellen. Denn beide Mannschaften wollen hier natürlich den Sieg. Die Münchner Löwen, sie brauchen ihn, oder wir brauchen ihn auf jeden Fall, um oben dran zu bleiben. Oder auch vielleicht den Relegationsplatz wieder einzunehmen. Weil wir wollen ja auf jeden Fall dieses Jahr in die zweite Liga aufsteigen. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein richtig, richtig gutes Teilziel, was wir dann erreicht hätten. Aber da sind natürlich so Mannschaften wie Meppen. Die sind im Mittelfeld. Da weißt du aber nie genau, was können die leisten. Weil die dritte Liga einfach so, so eng ist. Da müssen wir mal schauen, wie wir uns hier heute schlagen. Die Meppen, na, fangen hier direkt stark an. Vielleicht die erste gute Chance. Und die nutzen sie direkt hier in der sechsten Minute zum 1 zu 0. Ja, wir sind hier bisher nicht so richtig gut aus der Kabine gekommen zur ersten Halbzeit. Bisher wirklich keine gute Leistung. Aber klar, war auch die erste gute Chance, die die Meppen da ja hatten. Aber das war auch zu einfach. Also da gehen sie mit einem Pass da einfach durch. Und dann, ja, dann aus der Position macht er den natürlich. Wieder sind die Meppner hier ganz frei. Aber Hilla ist dieses Mal da und hält den Ball. Ja, aber es bleibt dabei. Wir sind nicht gut im Spiel. Die Meppner sind deutlich, deutlich besser. Aber wir müssen gucken, dass wir hier reinkommen ins Spiel langsam. Mülders dreht sich jetzt mal. Sascha Mülders! Boah, in der 40. Minute hier, oder knapp danach, haben wir hier unsere erste wirkliche Chance überhaupt mal im Spiel. Bisher klappt wirklich offensiv überhaupt nichts. Richtig viele Fehlpässe. Also bisher wirklich eine Scheißleistung hier von uns, ganz gelinde gesagt mal. Und damit ist hier die erste Halbzeit auch vorbei. Wir gehen also mit dem 1 zu 0 für Meppen in die Halbzeit. Ja, keine wirklich gute Partie, wie gesagt, von uns. Defensiv geht's sogar. Wir stehen eigentlich ganz okay. Bisschen blöd ist, dass Volt tatsächlich angeschlagen ist. Also wenn der jetzt nach dem Spiel tatsächlich ausfallen sollte, dann wird's langsam ein bisschen eng bei uns in der Innenverteidigung. Aber, ja, unser Hauptproblem ist aktuell die Offensive. Da läuft wirklich gar nichts zusammen. Ball jetzt auf Bertram. Kann der mal was machen? Bisher blass. Bertram geht da vorbei. Bertram! Boah, ich hab nicht damit gerechnet, dass der aus dem Winkel das Ding, dass er die noch reinhaut. Aber die trifft da richtig gut. Und da hat dann der gegnerische Keeper auch keine Chance. Wenn du so einen Abschluss ins lange Eck hast, aus der Entfernung, mit der Wucht, ja, dann ist es schwer, den Ball zu halten. Aber natürlich auch stark gemacht. Wie er sich hier rumdreht, dann vorbeigeht und dann der Abschluss. Also, ja, der Keeper hat reagiert. Da ist der Ball schon im Netz. Also, wirklich ein richtig, richtig starker Abschluss. Hier sehen wir es nochmal. Zack, da geht der Ball. Und da kommt die Reaktion. Da ist der Ball aber schon hinter der Linie. Also, ein guter Schuss. Meppen mit der nächsten guten Chance. Und dem 2 zu 1. Ja, ja, ja. Man merkt so langsam, dass unsere Fitness in der Abwehr fehlt. Und Meppen kann das hier wieder eiskalt ausnutzen. Also, man muss wirklich sagen, starke Leistung der Meppen da bisher. Und von uns wirklich kein so richtig gutes Spiel. Weil, auch das hier ist natürlich ein bisschen zu einfach. Wir stehen eigentlich ganz okay. Dann ein Pass und dann sind alle raus. Und dann, ja, natürlich aus der Entfernung der Abschluss. Dann kann Hilla auch nicht mehr viel machen. Jetzt ein schöner Ball. Da ist Lex ganz frei. Und Lex macht hier das 2 zu 2. Boah, wir spielen wirklich keine gute Partie. Aber, wenn man aufsteigen will, dann kann man auch mal ein Spiel gewinnen. Wo man nicht so gut spielt. Und wir haben hier auf jeden Fall noch die Chance. Die Wechsel haben sich tatsächlich ausgezahlt. Sascha Mölder ist raus, wirklich eine super schwache Partie von ihm bisher. Die eine gute Chance hat er, aber Pässe, wo ich mir denke, so was ist das denn? Und das Tempo fehlt dann mittlerweile komplett. Aber, alles in allem, haben wir hier tatsächlich noch eine Chance, was mitzunehmen. Und das wundert mich tatsächlich so ein bisschen bei unserer Leistung. Und was ich mich auch mal frage, ist, warum ich eigentlich ein 1860 Trikot trage. Und damit ist das. Spiel hier auch aus. Wir spielen also am Ende 2 zu 2 hier gegen Meppen. Ich denke, wir können uns tatsächlich glücklich schätzen, bei unserer Leistung hier noch ein 2 zu 2 mitgenommen zu haben. Ach du Scheiße. Was ist denn mit mir los? Warum zur Hölle habe ich ein 1860 Trikot an mit bunter 99 hinten drauf und komischen Schuhen, die wirklich Fußballschuhe sind? Das sieht so aus, als wäre ich so ein Clown, der meint, er könnte da mitspielen. Was ist das denn? Ich hatte es ja schon während des Spiels vermutet, dass Moll ausfallen wird. Und zwar jetzt 5 Tage. Ich weiß nicht genau, wann wir das nächste Spiel haben, ob er dann da fit ist oder nicht. Ja, aber wir haben jetzt keine gelernten Innenverteidiger mehr. Das ist schon... Also, auch Sabella Kocab. Also, wir brauchen halt noch einen zweiten. Ähm, das ist natürlich schon eine blöde Situation. Jetzt steht hier für uns direkt das nächste Spiel an in der dritten Liga. Es geht gegen Magdeburg. Die sind, glaube ich, nicht so richtig gut in der Saison. Nee, 17. Aber man muss sich auch festhalten, ja, wir haben aktuell ein paar Probleme. Aber ein Sieg wäre sehr, sehr wichtig. Wir sind mittlerweile drei Punkte hinter einem, ja, Aufstiegsplatz. Allerdings, die haben ein Spiel mehr. Das heißt, wir haben theoretisch die Möglichkeit, da komplett dran zu sein. Wenn wir jetzt hier heute gewinnen, und normalerweise sollte das ja kein Problem sein, ja, von der Mannschaft her habe ich nichts geändert. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir hier in einer Schnellsimulation dieses Mal, ähm, ja, irgendwas mitnehmen können. Wäre auf jeden Fall wichtig, wenn wir hier gewinnen. Ja, das tun wir. Boah, das war wirklich wichtig. Am Ende 2 zu 1. Lex trifft doppelt. Der hat ja im letzten Spiel schon getroffen. Also, der scheint gut in Form zu sein. Eigentlich ein relativ ausgewichtiges Spiel, aber am Ende konnten wir uns hier zum Glück durchsetzen. Als nächstes gibt es hier in der 3. Liga für uns gegen den FC Ingolstadt. Die sind aktuell auf Platz 10. Also, auch wieder ein Gegner, den wir eigentlich schlagen sollten, aber die auch gar nicht so weit hinter uns sind. Das heißt, ja, wird ein ganz interessantes Spiel, denke ich mal. Wir sind aber mittlerweile wieder auf Platz 3 vor. Das heißt, wir haben es tatsächlich an Viktoria Köln wieder vorbeigeschafft. Heißt natürlich aber noch nicht so ganz viel. Wir haben tatsächlich immer noch die Möglichkeit, sogar Meister zu werden. Also, es ist noch alles möglich in der 3. Liga. Ich würde sagen, ich mache schnell die Pressekonferenz und dann sehen wir uns hier direkt im 2. Spiel dieser Episode. Eine Sache, die ich noch ganz kurz ansprechen möchte, bevor wir natürlich ins Spiel rein starten, ist, dass ich die Aufstellung hier wieder geändert habe. Ich möchte einfach mal jetzt versuchen, mit der Mannschaft zu spielen, um dann zu schauen, ob das einen Unterschied macht, ob sich das irgendwie geiler anfühlt beim Spielen. Ja, wir werden es auf jeden Fall mal testen, aber wir werden natürlich auch wieder umstellen und dann werden wir das auch wieder spielen lassen. Aber ich möchte es einfach mal sehen, wie es dann so läuft. Und jetzt würde ich aber sagen, starten wir rein hier ins Spiel. Herzlich Willkommen hier zum Spiel 1860 München gegen den FC Ingolstadt. Mal wieder hier im Grünwalder Stadion und mal wieder auch bei Regen. Das Wetter bleibt uns also so, wie es immer ist. Am Ende muss man leider sagen, wir spielen wie immer bei Regen. Ja, ich kann die Einstellung ändern, aber es ist auch komisch, dass es trotzdem jedes Spiel regnet. Also eigentlich sollte das ja random sein, aber irgendwie ist das so nicht. Naja, aber wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich bin vor allem gespannt, ob diese Aufstellung sich tatsächlich ein bisschen besser spielen lässt als die andere. Oder ob es da überhaupt keinen Unterschied gibt und es einfach daran liegt, dass irgendwie ein FIFA-Patch draußen war, der es schwerer macht aktuell. Wer weiß, ich werde es einfach mal reinschauen und vielleicht holen wir uns dann hier vielleicht den nächsten Sieg, der uns dann eventuell schon auf Platz 2 in der Tabelle bringen könnte. Bertram, boah, macht er das stark, macht er das stark. Boah, der Typ ist einfach so, so gut. Boah, das war richtig, richtig schön gemacht. Da ist er plötzlich mit einer Drehung einfach vorbei und der Abschluss natürlich auch eiskalt. Also den so hoch anzusetzen ist natürlich ein Risiko, aber da zack, ist er vorbei, ein Move und dann bam, unter die Latte geknallt. Da kann der Keeper natürlich nichts machen. Und somit gehen wir hier richtig früh schon in Führung. Lex hat jetzt mal sehr viel Platz über außen. Aber der Winkel war natürlich relativ spitz. Dennoch hier die nächste gute Chance für uns und bisher wirklich ein unfassbar starker Auftritt. Überhaupt keine Chancen für Ingolstadt. Wirklich guter Ballbesitz, keine Fehlpässe. Richtig, richtig starke Leistung hier. Neudecker, Neudecker, Neudecker. Ja, der will natürlich auch zeigen, dass er hier eigentlich in die Startformation gehört. Ja, muss man natürlich ganz klar sagen, von seiner Bewertung her würde er wahrscheinlich auch in die Startformation gehören im Kampf gegen Mölders. Ich meine 63 gegen 67, da müsste er eigentlich ganz klar Neudecker spielen. Aber mit einem Topstrom gibt es das natürlich nicht. Aber hier zeigt er, dass er auch ein richtig guter Mittelfeldspieler ist, der auch mal gerne mit nach vorne geht. Kann ja auch offensiver spielen. Und er macht hier das verdiente 2 zu 0 für uns. Bertram, schöner Ball auf Tallig. Tallig nochmal auf Bertram. Boah, ist das stark gespielt. Unfassbar, was die hier gerade abreißen. Und jetzt steht es hier 3 zu 0 gegen den FC Ingolstadt. Ja, die Ingolstädter sind sowas von überfordert mit unserer Mannschaft, wie die heute hier auftreten. Wie kompakt wir zentral stehen. Wie viel Platz wir uns aber auch selber schaffen auf den Außen. Dadurch, dass wir die Ingolstädter nach innen ziehen, weil wir einfach so kompakt in der Mitte sind. Also wirklich eine unfassbar starke Leistung. Und jetzt hier die Ingolstädter mal mit einer guten Aktion. Das war die erste Chance überhaupt für die im Spiel. Und sie gehen hier direkt mit 1 zu 0 in Führung. Äh, mit 1 zu 0 in Führung. Genau. Nein, machen den Anschlusstreffer natürlich zum 3 zu 1. Aber ja, also bisher wirklich eine super starke Leistung von uns. Ich glaube jetzt nicht, dass das eine Tor, vor allem was aus dem langen Ball resultiert, uns jetzt hier das Genick bricht. Aber natürlich müssen wir auch nochmal aufpassen. Und direkt nach dem Tor ist jetzt hier auch die erste Halbzeit vorbei. Wir gehen also mit dem 3 zu 1 in die Halbzeit. Bisher eine super, super starke Leistung von uns. Klar, der eine Gegentreffer, der war unnötig. Aber war halt ein langer Ball. Das kann mal passieren, dass man da einen nicht kriegt. Aber alles in allem eine super Partie von allen. Muss man ganz klar sagen. Mir gefällt auch wirklich, muss ich sagen. Naja, die Aufstellung ist so viel besser. Zentral, viel, viel mehr Anspielmöglichkeiten. Ich kann viel mehr den Ball laufen lassen. Außen ergeben sich für unsere Außenverteidiger immer wieder Plätze, weil einfach zentral alles so gebündelt ist. Deswegen steht Ingolstadt natürlich auch sehr zentral. Außen dann immer alles frei. Ja, es gefällt mir einfach besser. Boah, schöner Ball jetzt hier von den Ingolstädtern. Und wieder sind sie ganz frei durch. Aber Hiller ist da zum Glück da. Ja, man merkt auf jeden Fall die Vor- und Nachteile dieser Aufstellung. Das können wir nach dem Spiel auf jeden Fall nochmal diskutieren, wie wir das jetzt machen wollen. Aber man merkt es auf jeden Fall. Wein mit einem schönen Ball auf Bertram. Bertram, den macht er natürlich alleine. Den hätte er auch rüberlegen können. Aber ein Top-Stürmer oder absolut der Top-Stürmer in der 3. Liga, den macht er dann natürlich selber. Das nimmt er sich natürlich nicht, den da noch rüberzulegen. Das ist unnötig. Kann er auch selbst machen. Und das macht er hier mit Klasse zum 4 zu 1. Ich denke, damit sollte die Partie hier auf jeden Fall entschieden sein. Ja, die Ingolstädter hier nochmal mit einer Chance. Und den 4 zu 2. Ja, soviel zum Thema. Das Spiel ist entschieden. Also entschieden ist ja noch nichts. Ja, wie gesagt, man sieht Vor- und Nachteile dieser Aufstellung. Und ich glaube, das Spiel spiegelt das ganz gut wieder. Aber alles in allem denke ich, dass wir das Spiel trotzdem noch gut in der Hand haben. Und eigentlich hier kann nichts mehr viel anbrennen sollte, wenn wir jetzt nicht komplett auseinanderfallen. Die Ingolstädter lassen hier nicht locker. Und das 4 zu 3. Also man muss es sagen, in der zweiten Halbzeit hier am Ende gerade bisher eine richtig schlechte Leistung jetzt wieder von uns. Wir brechen komplett ein. Ingolstadt ist jetzt wirklich die bestimmende Mannschaft hier und kommt jetzt halt auch zu richtig guten Chancen. Und damit ist das Spiel jetzt hier aus. Wir gewinnen am Ende also 4 zu 3 gegen den FC Ingolstadt. Ja, ich denke, alles in allem haben wir es uns am Ende schwerer gemacht, als es wirklich sein hätte müssen. Da dann noch drei Tore zu kassieren in einer Halbzeit, das ist einfach zu viel. Gerade wenn man eigentlich so viel besser war. Aber man sieht natürlich, wie gesagt, auch die Vor- und Nachteile. Ja, dieser Taktik. Offensiv unfassbar stark. Unfassbar viele Läufe. Viel Ballbesitz. Gute Passstafetten. Schöne Tore. Aber defensiv. Teilweise doch sehr, sehr offen. Sehr, sehr einfach. Gerade mit langen Bällen und schnellen Bällen an uns vorbeizukommen. Ja, also es hat seine Vor- und Nachteile. Wie gesagt, Offensive und Defensive, das sind zwei Paar Schuhe. Und das merkt man bei beiden Aufstellungen, denke ich. Das eine ist offensiv scheiße mit der Doppelspitze, dafür defensiv geil. Oder geil, aber besser. Und die hier ist offensiv unfassbar geil, dafür defensiv einfach scheiße. Also es hat Vor- und Nachteile, muss man sagen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind auf Platz 2 vorgedrungen. Einen Punkt vor den Rostockern und nur drei Punkte hinter der Tabellenspitze. Das heißt, wir sind wieder voll im Aufstiegsrennen dabei. Wir kamen uns also in dieser Folge so ein bisschen rehabilitiert. Wir sind wieder nach vorne gekommen. Und das alles wahrscheinlich auch ein bisschen durch die Taktik. Aber da müssen wir natürlich noch mal reden. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir nehmen diese Aufstellung hier immer, wenn ich selber spiele. Also wenn ich Lust habe zu spielen, weil dann die Aufstellung macht mir einfach zum Spielen mehr Spaß. Wenn wir simulieren, würde ich sagen, nehmen wir die hier. Weil dann haben wir einfach die Möglichkeit, ja, zu wechseln. Auf die Möldern spielen zu lassen und somit dann in der Simulation sozusagen defensiv besser zu stehen. Offensiv ein bisschen schwächer zu sein. Ich glaube, das ist ganz gut. So machen wir das, denke ich jetzt erstmal. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich würde aber auch sagen, dass das von dieser Folge dann war. Also, lasst mir gerne ein Like und ein Abonnier. Oder, falls euch diese Folge gefallen hat. Und dann sehen wir uns auch das nächste Mal hier wieder in der Fußballzentrale.